Heute wird es doppelt exotisch. Ich habe auf der einen Seite ein seltenes Fassfinish-Them, wenn man es so sagen kann. Er reift in Mitsunara-Eichenfässern aus Japan. Und auf der anderen Seite ist, es ist ja nur die Dose, der gleiche Whisky ist gemeint, ein seltenes Brennverfahren. Coffee Stills. Nicht selten, ihr habt recht, aber wenn ich darauf 100% gemälzte Gerste packe, das machen dann doch nicht so viele, oder? Und die Kombination, also das hatte ich wirklich noch nicht. Deshalb mal wieder echt spannend heute für mich. Mal schauen, was dabei rauskommt. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich hatte 2023 schon mal zwei Loch Lomond Single Grain Whiskys, die auch aus 100% gemälzter Gerste gefertigt wurden. Die fand ich erfrischend frech und haben mich angesprochen, um es mal so zu sagen. Das Erstaunliche, in meinen Augen, manche Brennereien würden dann sowas Exotisches teuer vermarkten. Bei Loch Lomond kosteten diese Whiskys zwischen 22 und irgendwie 25 Euro. Das war ja einmal rauchig, einmal nicht rauchig. Ich glaube, Ex-Bourbon Barrels, also so Standard. Kein Alter und viel mehr hat man auch schon nicht rausgefunden. Aber fand ich irgendwie frech. Jetzt haben wir hier die Coopers Collection. Ich habe das bei Loch Lomond ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt. Anscheinend gibt es da jetzt eben eine Serie, die auf die Fässer sich konzentriert und wohl gleichzeitig Single Grains sind. Mitsunara-Eiche haben sie sich ausgesucht. Das ist jetzt so mit das Exotischste. Und ich muss auch so hart sagen, man denkt, also ich denke automatisch an teuer. Denn diese Mitsunara-Eiche ist wohl sehr, sehr, ich weiß nicht, ob sie selten ist. Aber sie gibt es bestimmt nicht in den Mengen wie die amerikanische, obwohl auch nicht wie die europäische. Sie wächst auch nicht, so habe ich es verstanden, nicht gerade. So kann man sie dann eben später schlecht verarbeiten zu Fässern oder zu anderen Sachen. Und die Japaner haben es wohl trotzdem gemacht für ihren Whisky. Und ja, in dem Zusammenhang kenne ich das immer nur. Japanischen Whisky, Mitsunara-Eiche, also die werden da auch ganz selten benutzt, diese Eichenfässer. Und das ist immer teuer. Ich habe jetzt einfach mal aus Spaß sowas mal eingegeben. Bei Google kam bei einem deutschen Fasshändler raus und der verkauft uns ein neues Mitsunara-Eichenfass 250 Liter für 4760 Euro. Klar, zugegeben sind jetzt Endverbraucherpreise. Aber nur mal diese Preisdifferenz zu sehen, er verkauft gleichzeitig auch Bourbonfässer. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Ex-Bourbonfässer sind oder Fässer, die eigentlich für die Bourbonfass-Reifung vorgesehen waren und noch jungfräulich sind. 190 Liter, die verkauft er für 446 Euro. Also, ja, ein Zehntel oder diese Dinger sind zehnmal so teuer. Diese Flasche, auch wenn es jetzt hier sozusagen eine Coopers-Collection ist, kostet aber, wie gesagt, mit 37 Euro jetzt nicht gerade wahnsinnig viel Geld. Zu den Standards von Loch Lomond, von den Single Grains, kriege ich hier dann auch nochmal vier Volumenprozente mehr. Und ich weiß nicht, wie sie das machen, ob diese Mitsunara-Fässer schon total ausgelutscht waren. Aber dann tue ich mir ja sowas nicht an und mache da eine Serie raus und am Ende ziehen alle über mich her. Oder mache ich es doch? Also, für mich passt das einfach nicht zusammen. Ich hatte, glaube ich, mal ein, zwei Samples von auch, das waren auch Finish-Sachen, Mitsunara. Und das ist dann meine ganze Erfahrung, muss ich leider zugeben. Vielmehr habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Was ein bisschen komisch ist, auf dem Etikett steht Release 2022. Und der Strichcode hinten drauf lautet 02-03-23. Ich habe sie auch erst letztes Jahr gesehen, vorher noch nicht. Aber das heißt ja nichts bei diesen, naja, schlechten Lieferketten, die wir aktuell die letzten Jahre hatten. Die Whisky Base gibt den auch mit 23 an, dass er da abgefüllt wurde. Also, das ist ein bisschen spannend. Sonst, die Flaschen sind, ich blende euch mal die Farbe ein. Die Flaschen sind da immer schwarz in der Serie. Er hier ist ja schon, er ist hell, aber irgendwie dunkler als sein. Ich hole mir den Kandidaten mal. Als eben hier der Unpeated, den ich letztes Jahr probiert habe. Den werde ich mir gleich auch nochmal dazu nehmen. Und dann gucken wir mal, wo der Unterschied zur Mitsunara-Eiche ist. Sie müssen nicht von Grund auf jetzt gleich sein. Also, sozusagen, dass den, den ich da gerade hatte, das Vorprodukt ist, bevor dieser hier jetzt in die Mitsunara-Eiche kam. Der trägt kein Alter, der hier trägt kein Alter. Hier steht drauf, dass alte Fässer verwendet wurden. Aber ja, das ist marketingmäßig auch so vorbelastet, wenn jemand sowas schreibt. Also, da kann man dann nur von drei Jahren ausgehen. Nein, ich weiß es nicht, was ich damit, wie ich das einschätzen soll. Wir wissen auch nicht, wie lange das Finish in den japanischen Eichenfässern gedauert hat. Das ist alles ein bisschen schwach, muss man zugeben. Gut, 50 Volumenprozente. Mal gucken, ob ich wegen dem Geschmack gleich mal verdünnen muss. So, generell Loch Lomond, sehr spannende Brennerei. Habe ich viel probiert. Ich meine, 22 war das, ne? Also, fruchtig, frisch, holt einen direkt ab. Die haben ja unterschiedlichste Brennapparaturen da stehen und machen die unterschiedlichsten Whiskys mit unterschiedlichsten Kombinationen. Da gibt es schon eine sehr, sehr fruchtige Inchmurren, heißt die, meine ich. Die gefällt mir irgendwie nicht so. Aber wenn sie dann die gemälzte Gerste auf die Coffee-Steel packen, dann, finde ich, kommt was total Spannendes bei raus. Was ich hier direkt merke, ist wirklich eine sehr, sehr ansprechende Eiche. Ich habe diesen Whisky seit letztem Jahr nicht mehr getrunken. Bin da gleich sehr gespannt. Aber da hatte ich so ein wenig das Manko an der Abfüllung von 2023. Ja, da war nicht viel. Da war eben dieses tolle Brennerei, also dieses tolle Brennverfahren, die gemälzte Gerste und das hat den Whisky ausgemacht. Und das war jetzt wirklich, wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, das war ja nicht viel. Ich fand es spannend. Hier habe ich jetzt eben die Eiche noch mit dabei und das haut sofort rein. Ich finde, sie hat so eine leichte Minz-Menthol-Note, die dann aber mit schöner Würze und so leichten Honig-Noten abgemildert wird. Ich musste gerade an einen Tullemor-Doo denken. Den hatte ich nämlich letztens mal bei einer ganz anderen Gelegenheit probiert. Der hat ja auch einen leichten Sherry. Oder was heißt auch, der hat einen Sherry-Anteil. Hier haben wir ja überhaupt gar keinen Sherry. Und der kriegt irgendwie so eine sinnige Heide-Honig-Note. So ganz minimal. Das sind jetzt einfache Whiskys. Aber daran erinnert er mich gerade. Dass hier diese Fruchtnote mit Süße und dieser Würzigkeit Ähnlichkeiten mit einer Heide-Assoziation bekommt. Dazu, wie gesagt, diese Eiche. Wie soll man es sagen? Die ist nicht nussig. Ich muss ihn gleich einfach mal nehmen. Aber riecht schon mal sehr spannend. Mein erster Whisky heute. Die 50 Volumenprozente haben mich jetzt etwas überrascht. Er ist jung. Er hat diese Malzkomponente, was sich total blöd bei einem Single-Grain-Whisky anhört. Kommt nach dieser hellen Fruchtigkeit. Malziger, süßer Körper. Und dann setzt diese Eiche ein. Jetzt nicht verwechseln mit irgendwie so wilder, jungfräulicher, französischer Eiche oder sowas. Geht in eine komplett andere Richtung, ist falsch gesagt. Aber nein, nein, geht schon deutlich anders. Wie eine amerikanische Eiche auf Steroiden? Kann man das so sagen? Ich habe ja nicht wirklich viel, oder ich habe, wie gesagt, in dem Sinne keine Mitsunara-Eichen-Erinnerungen mehr. Wie gleich ein oder zwei Samples hatte ich mal. Und ganz ehrlich, ich glaube, das eine hatte ich so früh, da konnte ich damit noch nicht mal wirklich was anfangen. Muss man ja mal zugeben. Er stört, finde ich, so ein wenig, dass der kein Alter trägt. Vielleicht haben Sie ja Ältere und haben gemerkt, dass das nicht so gut ankommt, dass Sie es... Also ich habe sie bis jetzt nur ohne Altersangabe gesehen, dass es vielleicht ansprechender ist. Wer weiß, was passiert, wenn Sie dann mal zehn Jahre alt werden. Oder Sie haben es noch gar nicht so lange ausprobiert, dieses Experiment. Moment, ich habe wieder meine leichte Minze, die dann diese Süße bekommt. Fast zur Minze, nur zur Hälfte. Also einen japanischen Whisky würde ich damit echt gerne mal probieren. Die amerikanische Eiche ist ja wirklich sehr mild und liebevoll im Vergleich zur europäischen, drücken wir uns mal so aus. Und wenn ich mir das jetzt etwas verstärkt vorstelle und das auf so einen schönen, harmonischen, japanischen Whisky übertrage, kann ich mir schon gut vorstellen. Damals hatte ich auch zeitgleich mit den Loch Lommens den Nika Coffee Malt. Der darf sich ja Malt nennen im Vergleich zum Schotten. Ja, wenn ich mir den jetzt mit so einem Mitsunara-Finish vorstelle. Zugegeben, er hat vorher zu viel Eiche schon aufgetankt. Die war nämlich relativ kräftig für einen Japaner, immer noch dezent, ganz schön harmonisch, das Ding. Ah, weiß ich nicht. Hier, wie gesagt, da die Grundversion in meinen Augen gar keine Eiche hat, habe ich hier komplett diese, diese intensiven... Es ist jetzt gar nicht so holztanninig oder so. Vanille habe ich auch noch nicht gesagt. Ich gucke, ich achte noch mal auf der Vanille. Ist das denn irgendwie so eine verkorkste Vanillenote noch dabei? Ja, verkorkst nicht. Also, da ist, ich nannte ja eben diesen malzigen Körper, der ist Vanille drumherum, aber ich habe die ganze Zeit so ein leichtes Brizeln, ein angenehmes Brizeln. Man dürfte es gar nicht Brizeln nennen. Das ist eine Mischung zwischen dem Alkohol, 50 Volumenprozenten, und dieser Eiche, die er samtig wirkt. Ich muss ihn gleich mal etwas verdünnen. Das mache ich jetzt schon mal. Das war schon fast viel zu viel, aber gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich nehme jetzt hier mal, ihr seht, ich greife ins Off. Hier habe ich den alten Unpeated Single Grain von 23. Hier stand jetzt nichts mit nicht gefärbt drauf, aber so hell, wie der ist und war. Ihr habt es auf dem Foto gesehen, der kann nicht gefärbt sein. Und hier jetzt bei der Abfüllung geben sie es schön auf der Dose an. Das finde ich ja gut, muss ich nochmal loben. Brennereien, die das machen, sind für mich, naja, auf der einen Seite clever, weil jeder kann es einfach lesen. Rede darüber, wenn du was Gutes tust. So ist das ja für uns Whisky-Nerds, wenn einer nicht färbt. Das würde ich immer ganz groß draufschreiben. So. Die arbeitet im Mund an einer. Also wenn ich jetzt klassische Holzassoziationen suche, habe ich die kaum. Ich bin da Tannine am Suchen, werde aber nicht so wirklich fündig, was ich als klassische Tannine beschreiben würde. Und ich dachte immer, dass Mitsunara-Eiche dann eher, naja, jetzt nicht irgendwie, man kann jetzt ja nicht einfach sagen, oh, das ist eine sehr kräftige Eiche. Also das ist wirklich eine spezielle Eiche. Nennen wir es mal so. Die Frucht ist ja nochmal heller. Also ich kann mir vorstellen, er ist jünger. Kriegt ja fast so einen Hang zu einer spritzigen Traube. Danach nicht mehr so viel Körper. Gar kein Holz. Klar kann er jetzt ja auch nicht gegen anstinken. Ich hätte es anders machen können, aber hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Mir geht es ja rein um die Mitsunara-Version hier. Und nur nochmal, um Unterschiede festzustellen, greife ich jetzt nochmal zurück. Ich habe ja auch ein paar Volumenprozente weniger. Mal gucken. Es ist eine kleine Holznote da. Die merke ich auch wirklich so noch. Er kommt dadurch jünger, oder er kommt auf jeden Fall jünger rüber. A, weil das vielleicht ist. B, weil kein Holz da ist, was diese leichte Schärfe verdeckt, obwohl er nur 46 Volumenprozenten hat. Dadurch wirkt er aber recht samtig, muss ich sagen. Also das spricht mich absolut an. Wenn ich jetzt echt mal für 22 Euro so ohne Angebote durch die Läden gehen soll, wird das spannend. Also Single Malt-mäßig wird es dann auch schwer und eng. Wo ich dann wieder fast sagen kann, da kann ich auch mit dieser jugendlichen Note leben. Nein, es ist bei mir glaube ich auch so ein wenig Single Malt-Standards. Nimmt es mir jetzt nicht böse. Es soll auch nicht hochnäsig klingen. Ich habe schon so viele Standards probiert, dass das irgendwo vielleicht etwas ermüdend oder langweilig vielleicht im Unterbewusstsein für mich ist. Und wenn dann irgendwie so eine Brennerei auf die Idee kommt, hey, wir machen mal, wir hauen das auf unsere Coffee-Still drauf. Da werde ich dann erst mal wach, mache die Augen auf. Was habe ich denn da? Nicht irgendwie den 20. Standard fürs Jahr. Ihr kennt mich, ich übertreibe mal wieder. Okay, dieser malzige Körper war bei hier unserer Mitsu-Nara auch stärker. Ja, da kommt jetzt mehr Vanille durch. Mein vanilliger, malziger Körper. Mit diesem leichten Hauch an Minze. Ich habe ihn ja leicht verdünnt. Vielleicht kommt deshalb auch jetzt mehr Vanille? Oder es ist immer so eine Kombination, wenn ich auf einen anderen zurückgreife, eröffnet das, wenn ich wieder zum Hauptkandidaten zurückkomme, nochmal auf ganz andere Aromen, auch wenn ich dazwischen nicht mit Wasser gespielt habe. Nehmen wir ihn mal. Dieser spezielle Eichenkick. Könnte man fast sagen, dass er etwas intensiver wird. Vorher die Aromen sind etwas flüchtiger geworden. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Und da kommt jetzt... Ist es die Eiche? Ist es die Jugend? Man weiß es nicht. Nur weil sie beide kein Alter tragen, müssen sie ja trotzdem nicht gleich alt sein. Ja, spannend. Also, wer vorher mal so ein Single-Grain probiert hat und das hat ihm nicht gefallen, der muss jetzt hier nicht wegen, oh, da gibt es mal Mitsu-Nara, wollte ich schon immer mal. Ich glaube nicht, dass man damit glücklich wird. Wer sonst schon mal den Coffee-Mall von Nicke hatte, oder die haben ja, glaube ich, auch das Gleiche als Grain, den kenne ich jetzt allerdings nicht. Oder wer die anderen Loch Lomans hatte und sagte, Mensch, das war durchaus spannend. In der heutigen Zeit 37 Euro oder ab 37 Euro ist, glaube ich, jetzt in Ordnung. Ich finde es spannend. Also, ich würde ihn mir, wenn ich ihn jetzt offen stehen hätte, auf jeden Fall übers Jahr irgendwo leeren und hätte meinen Spaß dran, ob man es jetzt braucht, wie das so immer so ist. Bei mir bleiben da auch nur eine Handvoll Whiskys am Ende vom Jahr übrig, von allen denen, die ich probiert habe. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich würde echt gerne mal einen Japaner mit Mitsu-Nara-Eiche probieren. Ich hatte erst die Tage jemand angeschrieben. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Brennerei, die japanische. Die hatten, glaube ich, ein 18er aus Mitsu-Nara. 1600 Euro? Ja. Eben, ne? Deshalb, das ist auch keine Lösung. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.